WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Oh, diese Flo-Mark, Joop! Nein, warte, Bruder, diese Original-Real-Rio. Diese Flo-Mark! Wollt ihr die Butter, Jungs? Ich hab mich gestört und geschickt! Warum hast du denn die ganze Zeit die Hose auf? Ich hab kein Gürtel, Alter! Die Hose ist voll eng, Alter! Die Platz und so. Bei dem Probeaufgaben lasse ich die einfach auf, dann später mal scheinbar die Jacke zu. Alter Schwede, hier ist die Hölle los, Alter! Ich weiß gar nicht, hier verbollen werden. Der Song heißt Die Waffen sind geladen. Mit Kurdo, Alter. Das Video wird auf jeden Fall richtig krass. Und ja, holt euch, ob du willst oder nicht. Das Album ist ein Pflichtkopf. German Dreamer! waffle gemacht. igo eres Anne-Zeit! arte Reisein! Du bist gespielt! Du bist gespielt von kindaern. Bongo seid ihr. Hey, der ist noch nicht Schatter, wo den eben noch angenommen wird. Schatter, wo es denn gibt? Okay, hey, der letzte Deck hat es in sich, ich habe geblutet. Hey, boah, der war halt das. Aber blut ist, wenn man sich anschreit. Was geht? Was geht für Sie? Ich habe euch gesucht, ey. Ja. 10.000 Euro. Habt ihr euch wieder die Red geholt? Du musst jetzt Ja sagen. Habt ihr euch eigentlich wieder die Red geholt? Die B-Kamera. Wir haben eine Red und eine Alexa. Ja, korrekt eigentlich. Ihr gebt ganz schön viel Geld aus hier bei hiphop.de. Korrekt? Aber nur für Künstler. Ja. Und warum macht ihr das dann bei Sinan G? Den würde ich ganz viel schminken, weil das mit dem Film kannst du in kein Video rein. BANG! Ich bin gerade live und direkt beim Videodreh. Von Koundo und Sinan G Album, ob du willst oder nicht. Wie der Song da ist, weiß ich noch nicht. Das werde ich gleich erörten im Laufe des Videodrehs. Ich bin mit so einem Rapper. Irgendein Rapper. Ich weiß nicht wer das ist. Auf jeden Fall Haarschnitt ist genau richtig. Auf dem Videodreh von irgendeinem anderen Rapper. Hier von hiphop.de. Ich sehe wieder aus wie ein ganz gayer Typ. Seine Fressen gegessen. Wie geht es dir so? Was machst du? Wir sind gerade in Essen, drehen ein Video für irgendwelche Rapper. Unbekannte Täter. Essen City, irgendjemand mit G. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall gut. Kamerateam ist bereit. Wir sind bereit. Ich bin das Kamerathema. Ich bin das Kamerathema. Warum fahrt ihr alle gegen Mann? Jetzt wird es klar, wo euer Führerschein... Heul mal noch ein bisschen. Fick dich, ich nehme die Kamera weg. Ich glaube, wir haben heute schon 210 ist ein BMW gefickt. Ja, weil in so Parkengen, dann wird nochmal richtig deutlich, wer von den Führerscheinen wirklich gemacht hat. Oder wer ihn ja sagen wir mal auch gemacht, aber gekauft gemacht. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen erschöpft, Alter. Ich muss die ganze Zeit die Geisel so packen und fangen so lassen, Alter. Das geht auf die Arme. Und ja, wie ich habe euch versprochen, ich bin ruhig ein krasses Video. Und dieses Video wird auf jeden Fall so einige Leute rasieren. Ja, was soll ich euch sagen? Da werden einige Muschis feucht zu Hause, wenn ich komme. Mit diesem Video. Oder, Matthias? Ja, wir werden sehen, ob da nicht was trocken bleibt. Ja, wir werden sehen, ob da nicht was trocken bleibt. Ja, wir werden sehen. Ja, wir werden sehen, dass man mal viel向ia lösen kann. Kennste so sind acht Kugeln drin, aber du schießt unendlich. Du hast einmal geschossen, ist daneben. Und jetzt? Ich bin Gott. Zinanji ist wieder zurück. Mit dem fettesten Ding, Alter. Da kommt Kuro und Witter, der nicht, Digga. Der versteckt sich. Auf jeden Fall, Alter. Wir haben ein richtig krass Video gemacht für euch. Und Gangbang-Partys und so weiter. Auf jeden Fall mit Bullen, die ticken Polizistinnen. Ist doch so, ich fick dich. Ich fick dich von hinten. Egal. Wir machen auf jeden Fall krasse Gangbang mit den Bullen, Leute. Auf jeden Fall. Und die Huren so. Und scheiß Bullen. Nein, auf jeden Fall. Also dieses Team hier. Die Bullen zum Beispiel, das sind Freunde von mir. Die sind richtig coole Soja, Alter. Die haben es richtig drauf. Ob du willst oder nicht, ich und Kuro zerlegen mit diesem Video so einige Rapper, Alter. Die ganzen Spannerlaken da draußen. Alter, zieht euch warm an. Ich bin wieder zurück, Alter. Jetzt wird richtig abgefeuert. Und ja, gebt euch Böse an die Böse, Alter. Wenn du mal auf jeden Fall auf jeden Fall gefällt, dann bist du auch wieder raus. Die Böse, ihr habt das nicht übergebracht. Der Frisur hat sich noch ein Kursisi. Wie geht das? Hachits Kursisi? Also der Regisseur ist Hachits Kursisi. Der Regisseur ist Hachits Kursisi. Er ist Hachs. Hachits. Das ist Korsinz. Ey, Leute, bitte, du musst das wiederordnen, Alter. Du musst den noch fester machen. Robert De Niro kann so nicht arbeiten, Leute. Cut, Cut, Leute. So geht das. Ich bin der Manager von Robert De Niro. Mein Mandant kann so nicht arbeiten. Nix, nix, nix. Alle Opposition. Kurdo, es wird Zeit, heute wird Action gemacht. Und wenn das alles hier nicht läuft, gehen wir jetzt in den Knast. Ich bin der Zelle! Ich bin der Zelle! Untertitelung des ZDF, 2020 Bitte, ich bezahle Ihnen noch was. Danke.